Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Megamein, wieder mit Kisch. Hallo Kischi. Ja, hier ist der Jörg. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich bin gerade vom Dach gefallen und werde jetzt erstmal aussortieren gehen und mich dann wieder aufs Dach bauen. Boah, wie geil, ich habe gerade ein Buch gefunden mit Schutz 3, Dorn 2 und Effizienz 4. Boah, übertreib halt maßlos, ey. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ne, ich auch nicht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich glaube, es ist ein echtes Part. Und eiserne Pferderüstung. Oh, nice. In einer Kiste? Ja. Ich würde mal sagen, der Hutten wäre richtig glücklich. Jo. Gut. Kurz mal ein paar Sachen ablegen gehen. Ich habe nur noch wenig Fressen auf Tasche, das ist ein bisschen doof. Das ist aber ärgerlich. Da ist ein Ziel drin. Da kommt jetzt auch erstmal das wieder rein und das wieder rein. Und wieso zum Fick habe ich eine Pressure Plate mit? Ja, das ist eine gute Frage. Einfach so ein Pferder Plate Inventar. Wie hast du in der letzten Folge irgendwas gemacht, hast du erzählt? Nein. Nein? Nein. Dann habe ich dir ja vorhin, wo ich hochkam, zum folgenden Ende wahrscheinlich nur in der Hand gedrückt. Das kann sein, dass du ihn mir einfach hingeworfen hast. Ich bin jetzt wieder in der Mine, also in der Cave sozusagen, wo sie scheiße Minen sind. Ja. Ich versuche hier nicht zu sterben. Ja, ich versuche hier nicht zu sterben. Das ist eine gute Idee, Jörg. Oh, wir gehen die Fackeln aus. Soll ich hier mal kurz welche runterbringen? Ich habe noch einen 64-Jährstack mit. Nein, nein, nein. Hier gibt es ja immer noch Holz, ne? Okay. Aber auf die Idee war ich auch noch nicht. Küstigen Held haben wir hier unter uns. Und wie ist das nicht mehr so richtig geordnet? Akazienholz? Dschungelholz? Da ist Dschungelholz. Ich habe jetzt eher das Problem, dass ich keine einzige Spitzhacke mehr mit habe. Soll ich dir kurz welche rumbringen? Ich glaube nicht, dass du mich wiederfinden würdest. Eine Diamantene gleich, oder? Äh, nee. Ich benutze eigentlich nur Eisen. Okay. Da tut ich Spaß. Oh! Gerade einen Block runtergegraben und ich bin genau da, wo du, äh, den Block gemacht hast. Aber ich kriege ihn nicht abgebaut, weil ich keine, äh, äh, ja. Soll ich kurz rumkommen und dich rauslassen? Ja, wäre echt super irgendwie, wenn du da eine Spitzhacke mitbringen könntest. Achso, eine Spitzhacke gleich mitbringen. Den kann ich dir auch, äh, Sachen geben. Okay, gut. Dann baue ich gleich mal zwei Spitzhacke für dich. So vier Stacks Kohle oder so. Zwei Stacks Eisenerz hab ich dir schon gegeben, ne? Nein. Nee? Nein. Gut, ich hab nämlich schon wieder drei im Inventar. Läuft bei uns, Kay. Ein wenig, ja. Zwei Stacks erschienen. Läuft bei uns, Kay. Oh, ein Enderman. Oh mein Gott, er ist ja so böse, wie GLP in der Folge gesagt. Er hat Angst. Aua! Achso, das war ein Bogenschütze. GLP meint so bei Varro, ja, ich hab voll Angst vor Endermans. Die töten einen mit drei Schlägen. Und ich denk mir nur so, ja, und sie greifen dich nicht an, wenn du nicht umguckst. Tja. Ich hab noch nie ein Problem mit Enderman gehabt, außer in einer Folge von MMM. Weil ich irgendwie von ihm getötet worden bin, weil mich ein Zombie auf ein halbes Herz runtergeschlagen hat. Ja, gut, ne? Die hauen halt schon auf Hardcore, oder was? Wir spielen hier gar nicht so schlecht rein, ne? Ja, Hardcore spielen wir nicht, dann würden wir nur ein Leben haben. GLP spielt Hardcore, glaub ich. Also die spielen auf... Nein, die spielen auf Hard und wir auch, glaub ich. Alter, wo muss ich denn langen? Du bist genau über mir. Über dir? Hallo. Ich bin also über dir. Ja, unter mir. Äh, ja. Bäh. Soll ich dir erstmal was hinschmeißen, oder was? Warte. Nein, 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 nein. Ich tausche Axt gegen einen Spitzhecker. Axt? Ich hab keine Axt. Ich hab dir gerade versehentlich eine Axt hingeworfen. Äh, eine Eisenachse. Ja. Ich hab dir wie auch eine Holzachse im Inventar. Die ist ja eh gleich kaputt. Ja, eine habe ich schon mal. Hast du noch mehr Clubes für mich? Ach, drei Stücks Kohle. Hier, Schienen. Oh, oh. Ein bisschen Redstone, ein bisschen Lapis. Slime-Bull kann man mitnehmen. Hier die eiserne Pferderüstung gebe ich dir auch mal in die Hand. Ja, ja, ich bring das alles raus. Steck Eisen noch. So. Ich baue dann hier wieder den Block-Ziegelsteine dahin. Ja. Ja, was du da hinbaust, ist mir eigentlich egal. Hauptsache du findest halt den Ausgang halt, ne? Ja, das ist schon sehr auffällig. Dezent. Eigentlich nicht vor. Oh, guck mal, da ist ein Ziegelstein. Das ist bestimmt nur Bauschutt. Hauptsache du findest keine Lehmlinsen. Nee, nee. Ich hab keine Lust wieder drei Tage dran rumzubaggern. Danke. Dumme Ossi-Firma. Es pisst und es ist Nacht. Oh mein Gott! Jörg? Hm? Sorry. Alter, hier sind noch drei Creeper. Was soll denn das? Du hast jetzt nicht irgendwie einen Creeper in mein Haus hochgejagt, oder? Nein. Was? Eine schöne Eichenhecke. Eichenhecke ist auch so richtig gut, ey. Ja, die gibt's nicht so häufig. Die haben mal lang gezüchtet, bis die da wohnen. Die haben mal lang gezüchtet. Auf welcher Höhe bin ich hier eigentlich? Wahrscheinlich nicht mal auf 30. Von der Level 26. Achso! Ich bin tot. Ja, danke für den Lag wieder mal. Ich renne auf den Creeper zu, auf einmal steht der in mir. Und explodiert. Geil. Ciao! Tschüss, bester Server der Welt. Danke für 20 Level, die ich grad verloren hab. Ja, es gibt Schlimmeres. Nein. Stell dir vor, du hättest 35 verloren. Ich kotze mit dieser scheiß Creeper. Scheiß Reepern? Was? Kann man ja auch als sonst was verstehen. Ich mag Wimmel doch. Ich lüg auch nur ein ganz bisschen. Ja, so nett und gewährt dir Urlaub und alles schön. An den wichtigsten Tagen des Jahres. Einfach ein toller Chef. Was? 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 Hast du grad irgendwas gesagt? Ein guter Chef. Ist wer? Er. Wer wär denn? Ja, er. Dieser andere da, dieser Typ da. Ach, du meinst Kirche? Ja, genau. Guter Chef, hm. Haha. Ich hab keine Kuh mit dem Ei beworfen. Du bist ja ein ganzer harter. Oh, ja, ein ganzer harter bin ich, ey. Hab ich richtig hart genommen. Wenn du die Kuh nicht umschubst. Wer packt Bricks, der ist in die... Tschüss! Hallo. Da ich mit dem Zeug nichts zu tun habe. Eigentlich kann das nur der Jörg gewesen sein, die da so sinnvoll zu platzieren. Ja, klar. Ich mein, wer packt Bricks, der ist in eine Sand- und Kieskiste. Ja, ja. Tschüss. 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 Einfach Ciao. Mit V. Ciao mit V. Jetzt noch geiler Outro-Mucke und dann passt das. Jo. In diesem Minen verlaufe ich mich doch jedes Mal. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Hm. Verstehe ich nicht. Das ist so übersichtlich. Aua! Ich sterbe. Nein! Wieso bist du... Ich bin runter. Warum? Und ich bin im Kies leider gefangen. Wo? Ähm. Bleib draußen, bleib draußen. Ich hol dich. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ich hab Gott sei Dank noch ne Fackel gesetzt. Vor Schreck. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich komm schon. Die ist runter. Nee, ist schon alles in Ordnung. Ich lebe noch. Hauptsache erst mit Disconnecten. Zack weg. Ich bin rausgeflogen. Da war ein Riesenleck. Okay. Und es kam ne ganze... Scheiß runter. Ich dachte, du hast Disconnecten, weil der ganze Scheiß runterkam und du dachtest, du stirbst sonst. Nee, so schnell würde ich gar nicht reagieren. Nee, ich hatte dir schon diese Reflexe zugetraut. Das Reflex ist wie ne Katze. Eine tode... The Creeper war hier genau im Haus? Nein. Sein Scherz. Der Gang? Weil da in, äh, äh, Gunpowder M lag. Ja, das hab ich da hingeworfen. Und die Treppe hochging. Ich war da grade. Das hab ich da grade hingeworfen. Weil ich dir helfen wollte. Ich bin ein netter Mensch. Wollte grad zur Hilfe eilen. Mhm. Manchmal bin ich nett. HURN! Ich geh zu HURN. Ich bin übrigens fast tot. Oh, guck mal ein Enderman! Ich habe solche Angst vor ihm. Wow, wow, wow! Macht er viel Schaden! Shit, 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 shit! Ciao! Wir sind ja nicht gefährlich. Ciao! Ciao! Ich hab ihn im Serz! Fuck! Ich wusste ja nicht, dass sie so viel Schaden machen. Sorry, GLP. Das ist die Rache des GLP. Ich sag's dir. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Tampor lässt erstmal einen Zombie rein, der mich totet. Wieso, Tampor? Ich liebe dich doch! Wo ist was zu essen? Wo ist was zu essen? Wo ist was zu essen? Erstmal zu essen. Fuck, 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 fuck! Fuck, 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 fuck! Halb ist ja jetzt, ey! Hast du, äh, Varro zufällig auch bei Zombie geguckt? Äh, nee. Er ist in der ersten Runde fast gestorben. Oh, das ist... Wäre er ja nicht der Einzige gewesen. Nee, bravo. Was? Hm? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Gut. Kappes... Vielleicht wollt ihr erstmal auslagern jetzt. Moment, das da rein, das da rein. Alter, wie viele Mist du mir auch mitgegeben hast? Ich bin die ganze Folge nur am sortieren. Ich hab den Timer nicht gestaltet. Okay, wir sind gleich wieder bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich hab grad mal geguckt. Wir haben noch 10 Minuten. Nichts ist passiert. Ich war gerade am ausräumen. Stimmt ja. Wieso hab ich 5 Flower-Pette dabei? Ja. Jörg? Ja? Ich war meine gerade erst losgeworden. Ja. Ich hab dir keine gegeben. Echt nicht? Nein. Ganz sicher nicht. Wieso glaube ich dir nicht? Ganz sicher nein. Boah, was haben Paulus das? Ich hab meinen doch grad erst losgeworden. Oder hab ich die vergessen abzustellen? Komm, lasse. Hier ist noch ein Massenhaft-Iron-Ore. Das packen wir mal hier in die Öfen. Hast du den Cleanstone eigentlich behalten, den du bei mir ausgenommen hast? Ja. Brauchst du den? Nee, ich brauch noch. Ich hab ihn nicht weggeworfen. Keine Angst. Nee, das hab ich mir schon gedacht. Ich pack jetzt die Horse-Iron-Armor erstmal zur Rüstung. Weil der gehört so für mich als erstes hin. Stimmt, ich bin ja gestorben. Oh, ich hab keine Rüstung mehr. Deshalb macht der wahrscheinlich so viel Schaden. Okay, weißt du was? Ich verbrenne jetzt den Rest meiner Rüstung, weil der auch schon tot ist. Und dann packe ich nochmal eben die Knochen weg. Und das Rottenflash und den Pfeil. Und die Hälfte meiner Torches. Ich hab gar keine Eisenhelme. Ich hab gar nichts mehr. Wo soll ich Rails reinpacken? Baumaterial, okay. Ich glaub, wir hatten schon mal ein paar. Ja, in Baumaterial. Neben dem Obsidian. Ich glaube, mit meinem Buchverzauber werde ich noch ein bisschen warten. Weil, wenn das 1.8 da ist. Ja, eventuell. Billiger. Mach das mal. Sag's doch am besten dem Freddy. Die brauche ich jetzt noch. BZW, ich mach mir jetzt mal alles neu kurz. Ich mach mir komplett neue Rüstung und neue Axt und so. Diamantschaufel, die behalte ich nochmal, aber nur weil sie fast kaputt ist. Oh, ich hab noch 2 Stacks Kohle. Fällt mir grad auf. Ja, wir haben zu viel Kohle. Ja, sag ich dir ja immer wieder. Ja, ich verbrat die grad schon wieder in den ganzen... Ich hab hier noch dann einen Ziegelstein. Das ist schön. Ist es eigentlich gerade Nacht oder einfach nur eure Scheißverdachtung? Das ist Nacht, glaub ich. Ich weiß nicht, ich hab ne Render Distance von nicht. Ja, das sieht aber eigentlich hell aus. Und ich kann auch nicht schlafen gehen. Man kann es ja auch einfach so ausprobieren, aber nein. Das kann ja jeder. Gut, jetzt hab ich wieder 43er. Ich behalte die Block of Kohle einfach mal auf Tasche, die Hälfte davon. Ich hab jetzt 21 Block of Kohle übrigens auf Tasche. Wir haben immer noch viel zu viel. 21 Block of Kohle. Ja, hab ich auf Tasche. Wir haben noch einen 64er Stack und einen 22er Stack in der Truhe. Ja. Ich wollt grad sagen, ich hab dir ja auch alles gegeben. Ja. Bisschen dezent viel ist das schon, aber... Ja, ich geh gleich nochmal in die Mine-Farm. Also in die andere Mine. Hat man das gehört? Ja, so hast du ein komisches Geräusch abgegeben. Ja, ich hab den Nies und mir dabei die Nase zugehalten und gegen das Mikrofon geschlagen. Okay, das hört sich an, als wenn du einen großen Schluck Wasser genommen hast. Okay, ich hab übrigens gerade einen großen Schluck Wasser getrunken. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Hallo, Tampon. Du hast nichts an. Ich bin der nackte Neger. Warte, 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 warte. Siehst du meinen Stock? Ja. Siehst du meine Steinachs? Siehst du meinen Stock? Ja. Den steck ich dir jetzt in den Hintern. Ich muss ja mal verzaubern. Wünsch mir Glück. Ich wünsch dir Glück. Ich wünsch dir Glück. Also nein, lieber kein Glück, weil Glück bringt nichts. Auf dem Bogen nichts. Da hast du recht. Wir haben übrigens noch Lapis-Blöcke ohne Ende, wenn du dein Haus fertig machen willst, ne? Mhm. So, ein 64er-Stack und ein 9er-Stack. Bitte, 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 bitte. Halpercat 3 und Stärke 4. Auf dem Bogen? Ja. Oh, das geht doch schon mal. Wunderbar. Besser als nicht, ne? Okay. Ja, ich hab schon Stärke 4er Bogen. Dann kann ich den zusammen machen, hab ich Stärke 5 Bogen. Jetzt nochmal, irgendwann mal ein mit Infinity und ja. Infinity. Was? Mhm. Ich wollte gerade irgendwas Wichtiges machen. Achja, mir Werkzeuge erstmal machen. Dafür brauche ich einen Moment. Drei. Nein, das wollte ich nicht. Ähm, drei. Da noch einen. Da noch einen. Das heißt, da noch einen. Dann brauche ich noch eine Brustplatte. Dann brauche ich noch einmal Schuhe. Zwei und zwei. Dann brauche ich noch einen Helm. Und dann reicht mein Eisen schon nicht mehr aus. Ich muss ein Ding ins Anfang. Ein Iron Block. Ähm, dann kommt da nochmal einer hin. Dann habe ich den auch noch. Dann kommt da noch eins hin. Dann brauche ich noch eine Spitzhacke. Die kommt da hin. Und dann muss ich eins auf den Iron Block anfangen. So, bei einer Axt und eine Schaufel. Schaufel habe ich doch schon. Ciao. So, ich bin wieder voll ausgestattet. Brauchst du noch eine Eisenschaufel? Hm, nö. Gut, dann ist die jetzt bei Werkzeugen. Bei Werkzeugen ist übrigens auch eine Eisenspitzhacke. Hallo, Tampa. Ähm, was machen wir jetzt noch? Das ist eine gute Frage. Wir haben noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Weißt du, wie man diese Rails dann macht? Achso, mit Redstone noch, ne? Ja. Redstone, Gold und... Stick. Stick, ne, die Rails. Und Eisen. Redstone, Gold. Gibt es nicht die Fedding-Schienen? Und machst du dann einfach Redstone und Gold ran? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal kurz aus. Na gut, dann haben wir nichts sinnvolles für diesen Part geschafft. Normal, ne? Wir sind ja nicht Kirschi. Redstone, Gold. Alter, wir haben kaum Gold. Hm. Ich hab keine Ahnung. Nein. Nein. So geht es jedenfalls nicht. Ich glaub es geht... Moment, dann brauch ich noch einen Stick. Einen Stick hab ich dabei? Nein, hab ich nicht. Warum hab ich keinen Stick dabei? Weil ich sie grad verbaut hab. Okay. Ich hab Holz dabei. Und dann brauch ich noch Eisen. Hab ich auch nicht genug. Okay. Okay. Ich kann... Okay, jetzt gehts wieder. Gut, dann mach ich mal eben so. Dann brauch ich die da hin. Normale Dingens macht man ja so, ne? Ach, warte. Und dann einfach einen Stick dazwischen, oder? Ja, genau. Dann bin ich dabei, macht man so und so. Na? Okay, ich hab keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Ähm, man sieht sich wieder. Und wir gucken jetzt mal kurz Rezepte nach. Genau. Tschüss. Tschüss. Muss doch irgendwie so gehen. Ich weiß...